Es gibt so ein Wort, das heißt Outtake. Das heißt, wenn etwas schiefgegangen ist und ich sage es glaube ich jedem immer, ich produziere mehr Outtakes als Moderation. Also ich verhaspel mich ständig. Okay, eins, zwei, drei. Laser geschweißte Fülldrehte, drahtbasierten Drehdingen. Gesellschaft für Schweißtechnik international. Wir werden sehen, Sprach der Blinde. Ich fühle mich bereit. Auf der Schweißen und Schneiden 2017 stellt das Unternehmen Vlies seine neuen Schweißvorsätze, Zusätze vor. Die Schweißvorsätze. Innovative Trends. Alles ist innovativ hier. Alles, alles, alles. Auch der Henning und ich und die Stella und alle sind innovativ. Alles ist innovativ, immer. Ich mache jetzt ein Salto und hüpfe dann auf die Spitze, aber halt mit der Stirn. Weil sonst, das kann ja sonst jeder. Ja. What do they have to do with braising and with schneissen, schneissen in Schweiden? Ja. Weiter. Ich mache eine Antwort. Seit 60 Jahren. Sorry. Alle zwei Jahre wird ja auch der EWM Award verliehen. Warum ist das so wichtig für uns? Für Ösche. Das war noch zu früh. Beverly Boyer. Ich bin ein Schwein. Okay. Unter dem Namen Diamond Spark stellt Fössalpine Böhler... Fössalpine... Fössal... Microstep. Der Weltmarktführer im Automarkt... Ne? Oder doch? Scheiße war doch richtig. Ja, Frau Funks, diese Nadelbräge-Einheit Erdkart sein braucht man, um den Leberkäse richtig aus der Form zu holen, den Sie anschließend essen können. Und wenn Sie Vegetarierin sind und keinen Leberkäse möchten, bekommen Sie eine Käsesimmel. So schaut's aus. Wird ein Spielfilm hier. Äh, ich war noch nicht so weit zurück. Ich war noch verwirrt. 3M sagt, dass die... konventionelle Steifen sind. Heben, ne? Durch. Nutzen, durch. Ziehen, durch. Ne? Ist das grammatikalisch richtig? Aus, aus, aus. Ziehen, aus. So war das, genau. Äh, schneiden und schweißen. Genau, das machen wir dann auch. Und wir werden über Lincolns... Lincolns recent... Okay, ich kann das nicht merken. Auf der Schweißen und Schneiden 2017 stellt Vlies seine neuen Schweißvorsätze. Das ist ein Zusatz. Bezüglich Wertschöpfungskette, was hat sich verändert? Von früher zu heute, so ist der Satz. Fronius war ja nicht untätig und im Bereich der... Hä? Ja. Ich merke das schon. Sie hören mir gar nicht zu. So weit sind wir schon. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Welchen Nutzen haben denn dann Ihre Kunden durch, durch? Ich bin heute. Durch, ne? Ist das das richtige Wort? Und der Henning weiß sowieso nicht, wovon wir reden. Außerdem mit dabei... Und wir werden über Lincolns recent Acquisition... War es Acquisition? Ja, ich weiß, ich kann das ja auch. Jetzt denkt der Herr Heinz, ich habe sie nicht mehr alle. Neben Aus- und Weiterbildung bietet sie auch Unternehmen ihre Hilfe an. Falls die mal Probleme haben, wie ich zum Beispiel. Ich habe ein großes Problem. Ich habe nämlich Hunger. Aber mir hilft niemand. Danke. Nur, dass sie... Okay. Er schaut so, als würde er denken, oje, was redet die da? Ein bisschen, oder? Jetzt habe ich die Frage vergessen. Nein, nein, ich weiß. Okay. Was heißt denn Schleifmittel? Schleifmittel, das sind die Abrasive Bonds. Okay, Abrasive Bonds. Nee, habe ich doch vergessen. Wofür würde, nein, für welche... Scheiße. Wobei. Unter anderem... Weiß ich nicht. Das Besondere ist, dass unser Leberkäse komplett frisch aus der Form kommt und neu frisch gebacken wird auf der Messe. Ist das so? Ja. Welchen Nutzen haben denn dann ihre Kunden? Was kann denn die... Die GSI. Die... Der arme Henning, der kann nicht mehr. Ich glaube... Ich möchte ein Bonbon. Oder Kuchen. Oder einfach nur, dass mir jemand über den Kopf streichelt und sagt, alles wird gut. Alles wird gut. Danke. Danke. Hast du Kuchen? Das ist, weil sie mir nicht zuhören. Genau. Da schon wieder. Aber das... Gut, dass hier einer aufpasst. Gut, dass hier einer aufpasst. Was wollte ich fragen? Nein, nein. Ich weiß. Seit 60 Jahren bietet Leuch smarte Produkte an... Abi Korbinzel ist für seine... Ähm, ja genau. Entschuldigung. Jetzt warb ich's aber. Hurra. Was ist IntelliPlace? Ja, da haben wir anstatt Leberkäse-Simmel auch Käse-Simmel im Programm. Sie hören mir zu? Gut. Schön. Auf der Schweißen und Schneiden 2017 zeigt Linde... Was denn? Was denn? Innovationen. Dann wird man albern, ne? Hensi... Hensi lacht auch. Das war's von Megatronic hier auf der Schweißen und Schneiden 2017 in Düsseldorf. Und ich... Ich fahr jetzt nach Hause. Nein, ich fahr jetzt in den Sonnenuntergang, oder? Und ich düse jetzt davon. Wir können das sowieso schneiden. Wir haben ja jetzt ein paar Versionen. Ja. Rund um das Gas unterstützte Schweißen, das Schneiden und das Wärmen. Und ich erzähle Blützel. Lassen Sie uns über World Connect sprechen. Warum ist dieses System... Das war nicht nett. Ich sag immer das Gleiche. Aber dafür... Sag ich es schön. Ist aber nicht so schwierig. Nö. Jetzt hab ich extra Schuhe angezogen. Ja, wenn Sie keine normale Käsesimmel möchten, dann können wir auch noch andere Dinge holen. Die machen mich wahnsinnig. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt mach hier keinen Druck und Stress, verdammt nochmal. Ich kann so nicht arbeiten. Hier ist einiges los und ich mische mich jetzt unter das Volk, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich erzählen soll. Ich höre jetzt auf zu reden, weil ich mag nicht mehr. So, nochmal. 2017 in Düsseldorf. Tschüss. Das nehmen wir aber nicht in your takes. Nein, nein.